Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen hier bei Dead by Daylight und ich bin zu Hause, Leute, Lampkin Lane, Head & Field und wir spielen den guten Misha. Wir sind mit Beobachtern und Zuschlagen unterwegs, außerdem Barbecue und Chili, Franklins und Ruin. Ruin ist ganz am anderen Ende der Map. Ja, okay, da hat jemand einen Jen direkt verkackt. Ich gucke aber erstmal. Oh, sorry Leute, ich gucke aber erstmal eben, ob irgendjemand bei Ruin schon ist, nö. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt Survivor. Hinten wurde ja schon Jen verkackt. Vielleicht ist da hinten ja noch jemand. Schau mal hier. Ha! Na, hast du dich erschrocken? Ich hoffe's. Wo lang ist sie denn? Da. So, ich würde sie gerne stalken. Es gibt niemanden mit einem Strike. Das ist schon mal gut für uns. Ist gar nicht ins Haus gerannt. So, da ist sie. Mal schauen, ob wir sie hier noch gleich erwischen können. Hier ist eine Palette. Sie droppt sie nicht. Wer denn nicht? Jetzt hat sie natürlich gesehen, dass hier Ruin ist. Oh, wir sind so schön da dran. Ich könnte sie... Ja, komm, wir klatschen. Nein! Was war das? Ich bin auf Stufe 1. Verdammt. Stimmt. Da war ja was. Laufstufe 1. Warte, da muss ich noch ein Stückchen näher ran. Wow. Jetzt bleibt sie da hängen. GG! Hat sie doch mit Absicht gemacht. Outplayed hat sie mich. So, okay. Geht doch. Meine Güte, ey. So, darf ich denn jetzt die erste Zutat für mein Barbecue einsammeln? Komm her. Ja, ich habe Franklin dabei. Es wurden zwar nur zwei Wechselkoffer mitgenommen, aber ich dachte, vielleicht kann ich die Leute ein bisschen ärgern. Und es gibt nur zwei Haken. Also, was heißt nur? Ist jetzt ja nicht so schlecht. Da hinten ist einer. Wo ist denn der andere? Warte. Da hinten auch. Okay, Barbecue, bitteschön. Danke. So. Guck dir den an. Oh, guck dir den an. Moin. Was ist denn los hier? Oh, direkt gerettet. Genau, fiede mich. Oh, Schwein gehabt. Okay. Ich mache noch Stufe 1. Ey, ich komme irgendwie nicht so wirklich zu Poddel hier. Ist sie hoch oder raus? Nee, raus. Okay, vielleicht finden wir sie ja noch. Da ist sie lang. Na komm. Ja, mal wenigstens Stufe 2 jetzt. Das schafft sie. Okay, wir sind zumindest auf Stufe 2 hoch. Das bedeutet, dass wir jetzt zumindest eine etwas weitere Attacke zur Verfügung haben. Und wir jagen sie einfach mal direkt. Warum nicht? Wir können uns das doch mal gönnen. Das schaffe ich nicht. Deswegen rennen wir direkt außen rum. Und hier ist aber nichts mehr, Mac. So, rennen ruhig noch ein Stückchen weiter. Also, ich glaube, das ist immer noch zu weit weg von den Eventhaken. Oder ja. Oh Mann. Oder schaffe ich es da hinten, wo wir raten? Schaffe ich es da hin? Ich probiere es. Ja, hier ist direkt jemand. Wow. So, das Item hat sie direkt mal abgelegt. Und ich muss langsam mal wieder stalken. Ich komme überhaupt nicht zum Stalken. Oh, nice. Jetzt komme ich zum Stalken. Ja. Genau. Danke. So, du kommst an den Haken. Geile Rettungsaktion von dir. Aber du merkst. Das interessiert mich überhaupt nicht, was du da machst. Oh, wenn sie nicht wiggelt? Nice. Okay, ich nehme den da hinten. Da komme ich nämlich sonst wahrscheinlich nur noch recht schwer hin. Wenn sie jetzt gar nicht wiggeln will, jetzt will sie wiggeln. Ah, shit. Weil wer weiß, ob wir sonst hier irgendwann nochmal jemanden hier ganz hinten ran bekommen. Bitteschön. So, oben ist jemand. Einer dort, einer dort. Der geht zu Ruin. Du Sausack. Ja, Ruin ist jetzt weg, Leute. Ist halt so. Aber ich habe jetzt lieber den Typen hier noch down gekriegt. Wir sind Stufe 3. Und haben direkt die erste Person im Keller. Mal wieder. Sehr nice. So, du kommst hinten ran. Was sagt mein Barbecue? Dass da hinten gerettet wird. Naja, dann gehen wir da hin. Und hier ist sogar noch... Sind aber nicht durchgerannt. Sind hier noch im Haus. Ist mutig. So, komm. Hier kommen wir schnell durch. Ey, was ist denn los mit dir? Ganz ehrlich. Erst den einen Typen abfarm. Wieso lässt du dich nicht erst heilen? Nee. Lieber erstmal schnell an den Dingens gehen. Obwohl der Misha genau neben dir ist. Hier ist noch eine zweite Person gewesen, Leute. Ich weiß. Das wäre besser gewesen für... ...unsere Diabolik. Aber egal. Ich habe gehört, dass da jemand dran war. ...und ich habe reagiert. Und ich habe reagiert. Drei Leute. So, komm schon. Dann holen wir uns dich. Nein, ich habe dich schon gesehen. Lauf lieber los. Farmst jetzt nicht auch ab, oder? Seid ihr so eine Abfarmer-Crew oder was? Was ist hier los? Okay. Ihr seht schon, ich habe noch den Wallhack drauf. Wenn ich jemanden länger als eine Sekunde stalke, dann bekomme ich für fünf Sekunden den Wallhack. Ich probiere mal hier, ihr den Weg abzuschneiden. Wie können da schon wieder die Spuren eben an die Decke kommen? Diese Spuren sind einfach nur verbuggt hier auch. Naja. So, ab an den Haken mit dir. Ruinen haben sie mir ja leider schon weggenommen. Und zack. Hier hinten ran. Verlagern wir das ganze Spiel jetzt schon wieder auf die Seite. Also es geht hin und her, hin und her. So muss es sein. Sie haben auch erst einen Generator gemacht. So, da. Oh, jetzt arbeiten sie aber an Generatoren, Leute. Jetzt wollen sie es wissen. Aber auch jeder für sich, ne? Ich habe den Hasen drauf, Leute. Unbeobachten und zuschlagen. Deswegen. Könnte es jetzt sein. Ah, verdammt. Oh. Warte mal, dich hatte ich noch nicht, oder? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Glödi, ja. Kann das sein? So, danke schön. Und die würde ich gerne nochmal so weit stalken, dass ich nur noch ein ganz kleines Fizzelchen brauche. Die rennt hier rum. Dann kürzen wir ab. Das hat nicht so ganz geklappt, das Abkürzen. Aber wir haben sie immerhin Donner erwischt. So, nee, nee, nee. Lass das mal. Wir spielen Staubsauger. Die Spuren müssten von ihr gewesen sein, hoffe ich. So, hinten ist jemand. Am Generator dran. Dann renne ich darüber. Hin und her. Obwohl, warte mal. Muss mal eben schauen, wie weit der hier oben jetzt schon ist. So, schnell zurücksetzen. Ja, man muss sich manchmal auch die Sekunde nehmen, um die Gens zurückzusetzen. Okay, Mac. Okay. Verstehe, dass du den Jen gerne machen würdest. Ja. Ich hab's verstanden. Jetzt kriegt sie ihren Scheiß-Sprint-Boost oder was? Okay, Mac. Das ist mir jetzt zu blöd. So. Oh. Naja. Kommt mit. Zweiter Generator ist in Ordnung. Von mir aus können sie noch einen machen. Den Event-Gen hier zum Beispiel. Oh, guck mal da vorne. So, eine Person ist tot. Komm, wo bist du hin? Rennt so auffällig über die gesamte Scheiß-Straße hier. Und ist dann trotzdem verschwunden. Das ist doch kacke. Ich schau mal, ob... Aha! Alles klar. Ab an den Keller mit dir. Boah, ich hab sie wirklich nicht gesehen, Leute, ne? Ich muss sagen, gut getarnt. Die Klöde, ja. Gut getarnt. Hat sich hier in ihrer natürlichen Umgebung wunderbar angepasst. Oh, das ist zu. Gut zu wissen. So, ich klop sie jetzt mal hier vorne ran einfach. Ah, sie ist auch down. Sehr schön. Okay, der ist noch zurückgesetzt, scheint mir. Den da hinten haben sie fertig gemacht. Ah, ja. Ah, sie wieder. Was macht sie denn? Ist sie blöd? Also, die spielt die ganze Zeit schon richtig merkwürdig. Ich frage mich nicht, was falsch ist bei der. Keine Ahnung. So, ich glaube, sie müsste auch erledigt sein, ja? Und da ist die letzte Person. Wo rennt die jetzt hin? Sie rennt los. Sie rennt weg von uns. Okay. Sie wird aber da rumrennen, denke ich, ne? Mal schauen, ob wir irgendwie in ihre Reichweite kommen. Hier sind Spuren gewesen. Mist. Können auch wieder, die Spuren können natürlich auch wieder voll kaputt sein, ne? Wo ist der? Wo ist der Survivor hin? Ist sie umgedreht? Schade. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat die auch schon jetzt geahnt. Oder weiß, dass ich Barbecue habe. Ist hier lang gerannt. Ah, sie hat die Luke sogar schon. Alles klar, Leute. Alles klar. Wir haben unsere beiden Haken bekommen. Das bedeutet, ein Haken fehlt noch. Und dann haben wir endlich das Outfit für die Jägerin am Start. Sehr gut. JJ, schöne Runde. Barbecue hat auch nochmal richtig schön Punkte gebracht. 31.000 Blutpunkte kann man nochmal mitnehmen. Die Leute hier, die waren eigentlich auch gut dabei. Und keiner sollte Pip verloren haben. Sollten alle eigentlich einen gewonnen haben. Es sei denn, keine Ahnung, der hat 8.000 in der Hilfskategorie. Aber das war dieser richtig komische Spieler, ne? Weiß ich auch nicht, was mit der los war. Keine Ahnung. Gut, ich bin raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Runde hier mit dem guten Misha. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dort werden wir uns dann die Hundemaske erspielen. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.